Ihr seid mit Update 8 noch nicht fertig oder wollt noch mal mit Mods spielen oder mit alten Mods weiterspielen? Ein Problem. Ich zeige euch, wie ihr die alte Version behalten könnt. Hallo, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie ihr Satisfactory Update 8 sichern könnt oder nachinstallieren, falls ihr schon die 1.0 runtergeladen habt oder darauf gewechselt seid. Erstens müsst ihr das Team öffnen. In eurer Bibliothek findet ihr das Spiel. Rechte Maustaste Eigenschaften. Dort über installierte Dateien durchsuchen und ihr kommt in den Satisfactory Ordner. Wenn ihr einen Ordner hochgeht, diesen Common Ordner, findet ihr hier den gesamten Ordner. Dort geht ihr einfach hin und sagt einmal hier oben kopieren. Einfügen und dann dauert es einen kleinen Moment und das Spiel ist kopiert. So, wir sind so gut wie durch. Fertig. Könnt ihr diese Kopie nehmen, den Ordner einmal umbelenden, damit das schöner ist, weil Kopie sieht so blöd aus. In dem Ordner wird diese Datei entweder löschen oder umbelenden. Also, die genaue Datei darf halt nicht vorhanden sein. Wenn sie umbenannt ist, findet ihr das Spiel, die nicht beziehungsweise das Team geht. Und ab jetzt könnt ihr schon Update 8 spielen und habt nebenbei nach einem Update in diesem Satisfactory Ordner euer Euro 1.0. Wichtig, das Umbenennen dieser Datei muss erfolgen, bevor ihr das Update auf 1.0 macht. Sonst könnte es passieren, dass beide updatet werden. Das wäre ein bisschen unbekannt. Jetzt müsst ihr noch eure Save Games sichern. Dafür geht es, wie Jace hier geschrieben hat. So seht ihr, eine Copy of your Game. Haben wir gemacht, kopiert. Launcher-ID-File entweder löschen oder umbenennen. Haben wir gemacht. Und jetzt geht es hier an die Save-Files. Die, die ihr habt, sollen in einen Ordner kommen. Wenn ihr jetzt das hier nehmt, das ist der einfachste Weg, um da hinzukommen, in diesen Common-Ordner, den es aber noch nicht gibt. Da braucht man nicht gucken, wer bin ich denn überhaupt, das Anpassen. Sondern wir nehmen einfach nur den vorderen Teil bis dorthin. Kippieren uns das. Und fügen das hier ein. Das ist hier meine Game-ID. Die wird bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Aber da drin sind alle unsere Save-Files. Hier gehen wir hin und sagen, neuer Ordner. Und den nennen wir Common. Und jetzt haben wir schon das, was genau hier steht. Können wir jetzt nochmal so nehmen. Da wird sich jetzt nicht viel ändern. Aber wenn wir da hingehen, kommen wir jetzt in diesen Ordner rein. Aus unserem normalen Save-Game-Ordner, würde ich jetzt in dem Fall sagen, kopieren wir einfach. Gehen hier hin. Dann einfügen. Und unsere Dateien sind da. Damit sind wir fertig. Alles läuft. Jetzt gehen wir zu dem Punkt, falls ihr schon auf 1.0 hochgegangen seid. Das ist etwas komplizierter. Da gab es, unter diesem Post von Jace, ich verlinke alles, ich schreibe alle Links oder auch alle Kommandos unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr das von da aus, von mir aus kopieren könnt. Da gab es diesen guten Mann hier, C3P3 oder IC3P3. Der sagte was von Depot-Downloader. Was hat mich interessiert? Was ist denn das? Wenn ich danach suche, finde ich Steam.re.etab. Das wäre natürlich schön, wenn das einfach so eine grafische Oberfläche ist. Aber leider fängt es hier an mit Kommandos. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Kopieren wir den hier schon mal. Hier hinten bedeutet immer Copy. Auch den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und dann starten wir die PowerShell. Braucht ihr keine Angst vorhaben, das ist eigentlich nichts Wildes. Man kann damit nicht viel kaputt machen, wenn man sich an diese Kommandos hält, die man hier sieht. Als erstes, den habe ich ja gerade kopiert, den fügen wir ein. Das geht hier ganz einfach mit der rechten Maustaste. Mit STRG-V geht es eigentlich auch. Mal machen. STRG-V Lass mal laufen. Dauert einen kurzen Moment. Und schon haben wir erfolgreich den Depot-Downloader installiert. Wenn ihr jetzt in diesem Post weiterguckt, findet man noch die Information TeamDB. Gehen wir mal auf TeamDB, weil wir sehen hier, das ist ein bisschen wild hin und her, aber okay, das ist das Kommando, um den Spaß zu starten. Also den Download. Diese Informationen, die hier in diesen spitzen Klammern stehen, immer dieses ID, ID, Depot-ID, Rest-ID, die wissen wir nicht. Genauso wie den Benutzernamen, also den wissen wir schon, den haben wir, aber der geht halt hier nicht drin. Den müssen wir ersetzen. Passwort, ich würde es nicht im Klartext reinmachen, das Ding fragt danach. Also gehen wir einmal hier hin und öffnen SteamDB. SteamDB.info. Im Moment ist Satisfactory auch noch hier unter den Top-Mouseplate und auch unter den Trending. Gehen wir da mal drauf und finden hier so Sachen wie eine App-ID. Wenn wir hier ein wenig gucken, finden wir auf der linken Seite Depots. Diese Depots sind hier unten angegeben und dort ist ein wichtiger Teil, hier ist die Depot-ID. Das heißt, wir nehmen diese, klicken da mal drauf und dann finden wir, das sind die Dateien, die da drin sind, also eine Menge Seiten, 100 werden angeht, also 1541 Dateien hat das Spiel noch so ein paar andere Informationen, welche und wie groß. Aber hier an der Seite finden wir Manifests. Da draufklicken, finden wir einmal vom 10. September, also vom Release von 1.0, die Manifest-ID. Genauso finden wir aber hier vom 12. Dezember. Das ist unser Update 8. Das wollen wir haben. Die Nummer jetzt abtippen ist für jeden ein bisschen blöd und die anderen Nummern alle abtippen. Deswegen gibt es hier hinten diesen cleveren Knopf. Wenn man da drauf drückt, wird man sofort auf den Depot-Downloader verwiesen. Man sieht da unten wieder GitHub, Stream.re, Depot-Downloader. Also passt das schon. Wir gehen jetzt hin, schreiben hier Depot-Downloader mit Tab, sucht er sich das nächstbeste, das nächstbeste, passende, sobald man irgendwas hat, was irgendwie passen würde. Man kann da auch durchtabben, aber es macht einem das Tippen ein bisschen einfacher. Jetzt packen wir ein Leerzeichen hin, rechte Maustaste und, oh, guck mal, unsere App-ID ist da, unsere Depot-ID und diese Manifest-ID. Wunderbar. Was noch fehlt, ist der User-Name. Da schreibe ich jetzt natürlich meinen dahinter. Ihr müsst euren dahinter packen und dann sollte als nächstes eine Abfrage nach dem Passwort kommen. Jetzt hieß es, ja, war es. Ich habe bei mir Steam Guard aktiviert, also muss ich hier einmal Steam Guard oder Steam auf meinem Handy öffnen und bekomme dann ein, hey, da will sich jemand einloggen. Möchtest du das machen, da drückt man auf Approve. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich mein Handy hier nicht drin habe. Aber dann, seht ihr schon da, geht es los und hier rattert jetzt eine ganze Menge durch. Das dauert auch ein bisschen, weil, wie man sieht, hier vorne an den Prozentzahlen, jetzt, ich habe gerade mit dem Finger auf dem Bildschirm gezeigt, das ist auch doof, oder? Wir sind jetzt gerade mal bei noch nicht mal ein Prozent. Jetzt haben wir ein Prozent erreicht. Hier wird jetzt alles runtergeladen. Ich habe mal einen kurzen Schnitt, damit wir uns das nicht angucken müssen. Das sind nämlich ein paar Gigabyte. So, wenn das Ganze fertig ist, sollte das so aussehen. Unten sollte stehen, wie viel runtergeladen wurde und so weiter. Disconnected from Steam. Das kann zwischendurch vorkommen. Gucken wir, ob ich das noch finde. Hier bei den 40er-Prozenten irgendwo da. Dass man mal so ein bisschen länger warten muss, weil hier von 40 auf 63 direkt gesprungen wurde, zum Beispiel, oder von 63 auf 95. Das ist ganz normal. Da werden große Dateien runtergeladen. Das passiert halt. So, damit seid ihr aber auch mit der PowerShell fertig. Habt ihr allerdings das Spiel nicht an der Stelle unter Steam, wie ich es vorhin gezeigt habe. Also sprich, hinter Ambers. Ne, da nicht. Programme x86 und so weiter. Es kommt nicht hierhin, sondern es kommt bei euch unter Benutzer und da findet ihr einen Ordner, der heißt Depots und diese Depots, da seht ihr wieder diese Nummer, da drin ist noch mal eine Nummer und da ist euer Factory Game. Also Satisfactory. Und das könnt ihr dann wieder starten. Gleiches Ding. Die Datei umbenennen. Also wieder der hier und fertig. Da kommt bei mir jetzt eine Fehlermeldung. Ich hab halt hier keine Grafikkarte in der VM. Das ist das Grundprinzip. Ihr könnt das jetzt natürlich wieder an den anderen Ort verschieben. Ihr könnt da euch das so hinlegen, wie ihr das gerne möchtet. Kein Thema, aber prinzipiell könnt ihr es auch direkt von hier verschieben. Und ganz wichtig noch, egal welche Variante ihr wählt, ihr erzeugt damit keine Raubkopie von dem Spiel. Ihr müsst das Spiel immer noch in eurem Besitz in Steam haben. Also das muss da sein. Ihr müsst es gekauft haben. Ihr könnt nicht einfach so dadurch eine neue Kopie oder ein Spiel bekommen, dass ihr nicht habt. Wenn ich hier irgendwas eingebe, was ich auf bei diesem Kommando, was ich auf SteamDB finde und sage, ich möchte das gerne haben und finde das geil und ziehe mir das so, das funktioniert nicht. Blackmas Wukong. Kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich hab mir das einfach runter, ohne es gekauft zu haben. Das wird nicht funktionieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich lese die alle und versuche auch alle zu beantworten. Kleiner Bonustipp. Bisher konnte man die Sprache hier umstellen über Sprache und dann einfach auswählen. Das wurde mittlerweile ins Spiel selber verlegt. Und zwar unter Optionen, Spielverlauf, hier hat man hier unten Sprache. Und dort kann man sagen, man möchte gerne Deutsch spielen. oder halt auch auf Französisch oder was auch immer das hier alles ist. Irgendwas Chinesisch, Japanisch, Koreanisch würde ich behaupten. Russisch. Ihr habt da die freie Auswahl. Natürlich ist Englisch am besten übersetzt. Hier fehlt noch ein bisschen, aber das ist halb so wild. Die Sprachausgabe ist weiterhin Englisch. Das ist immer nur die Untertitel. Das war's auch schon. Wenn das euch gefallen hat, dann lasst doch mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumenberg großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Wenn ihr Fragen habt, Kommentar unten rein. Ich gucke, dass ich antworten kann. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.